wir brauchen drei davon würde ich doch sagen ach so da unten ist natürlich so dann lassen wir das mal zu zeit mal da jetzt eine kiste würden wir da von unten sehen und das will ich nicht und dann machen wir hier diese die heißen diese teile hier diese dieses ding hier auch mal natürlich noch kisten und wir haben nicht genug holz bei das ist ja fast erwartenswert gewesen hier brauchen holz wir brauchen holz wir müssen mal den ganzen bald hier abholzen weil wir haben kein holz mehr zumindest keine regenerieren des holz noch ein baum hier will nur nicht die hohen bäume abreißen weil sonst sind sich erst mal zwei stunden baum und muss den abreißen habe ich keine lust so der ist auch noch klein hier mal davon aus dass jetzt gleich diese setzlinge sich da selber einpflanzen muss ja das praktische hier an live in der woods aber ich brauche mal eine kiste wo ich auch was reinpacken kann natürlich geht das wieder nicht man muss die kiste auch wieder aufbekommen okay packen wir mal den ganz kleiner radatz da erstmal rein den wir nicht brauchen kreide kann auch erstmal rein gut denn holz wir müssen zur werkbank e dann gehen wir mal hin kisten müssen wir machen reicht das wir werden sehen ja natürlich geht das nicht weil wir müssen das so machen und so dann kommen die 32 stapel kommen da rein 8 16 und auch 32 also es wäre die größte kiste dauern schlecht aus frame tour ok aber wir nehmen die war sollten wir die im weiß machen die wurde da oben natürlich besser rein passen aber haben wir noch genug mangroben holz dann würde ich nämlich sagen machen wir das in weiß so sagte viel besser da rein passen tic tac die uhr finde gut ja guck mal mangroben holz haben wir auch so viel noch möchte ich sagen dann schmeißen wir die da rein jetzt habe ich schon wieder so ein sapling aufgehoben egal klatsch klatsch und klatsch so und da können jetzt das ding rein super weiß und weiß verträgt sich dann kann man die andere mal holen klatsch noch ein sapling in der tasch wir müssten aber schon noch eine drohe hinpacken um passt nicht so zack ist wieder alles gut sortiert die kommen alle da rein zack 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 quatsch egal nein nein nicht essen so und so wie sieht denn das so aus nur mal kurz gucken die lasse ich da kurz mal drinnen mal sehen vielleicht kann man da noch irgendwas reinpacken was dann später mal da ja auch gepresst werden kann könnten die dinge mal hier rein schmeißen dann wissen wir nächstes mal genau wo sie sind wenn wir hier weiter bauen müssten falls irgendwie noch mal eine neue idee reinkommt oder so man weiß das ja nicht ne ich würde es jetzt aber gerne mal ausprobieren bevor ich für heute mal schluss mache aufnahme lief ja nun warum kirsch sapling warum kirche ich habe doch keine kirche abgerissen oder verlieren die einfach so die dinge weiß ich nicht so ist dann da schon mal einer fertig zwei sogar und sogar mit richtiger taste geerntet ist das nicht was sechs stück ich würde natürlich gerne noch mehr davon haben wachs 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 wach Pflanzen doch gut zureden. Wachs endlich! Bist du gewachsen? Jetzt? Wir schmeißen sie einfach mal rein. Reicht ja zum testen. Sehen was, ob es durchläuft oder nicht. Oder ob es irgendwo hängen bleibt. Ganz gute Dinge, dass das eigentlich so passen sollte, wie es geplant ist. Hier geht er rein. Da war natürlich noch ein Steinchen drin, der mal irgendwie da rein gefallen ist. Der läuft. Dann gucken wir mal kurz in Trichter. Geht rein und ist hier gelandet. Also genau so, wie es am Ende sein soll. Schmeißen wir gleich nochmal das rein, ob beide Seiten, die da unten rausschmeißen, da durchfallen. Hatte ich nicht sechs reingepackt? Gut, ist durch. So, gucken mal. Da kam jetzt keine Milch raus. Da kommt jetzt nur das raus. Keine Milch mehr. Da musste ich das andere nochmal reinpacken. Ah, aufregend hier. Okay, das läuft erstmal durch und ach, Milch ist trotzdem da. Okay. Also es funktioniert soweit. Shoot. Finde ich okay. Finde ich okay. So, wenn ich jetzt einen weißen Werkzeugtisch mache, ist der trotzdem so. Gibt es davon vielleicht so Karpener, dass man den weiß machen kann? Karpener, ups, K. Gibt es einen zusammenklappbarer Block des Zimmermanns? Nein, einen Werkzeugschrank möchte ich haben. So was. Schicker, bla, nee, schade. Das gibt es nicht. Das wäre natürlich interessant gewesen. Dann hätte man dem ganzen Ding mal eine andere Farbe geben können. Schade. Akazienbretter hast du sowas. Achso ist eine Doha, ist eine Tür. Gut. Sieht ja auch cool aus. Wozu braucht man so einen Stempel? Keine Ahnung. Was ist das? Technikblock? Ok. Ist wahrscheinlich auch gekapernaht da. So was? Was haben wir hier? Was ist das denn? Redstone Fackel. Extra Buttons. Keine Ahnung. Wozu man die nun wieder braucht? Was ist das? Urlaub. Leder Cape oder so ne? Ja ok. Kerzenständer. Wie waren die der? Blumberry? Ziegel. Wie mache ich Ziegel? Ton? Ach und wir haben jetzt ganze Blöcke gehabt. Ne? Einen Kerzenständer wäre doch geil. Aber wir haben, kriegen wir die Tonblöcke nochmal klein? Mal so gefragt in der Runde. Hier hatten wir die doch drinnen, ne? Kann ich die jetzt klein machen vielleicht? Ne. Hm. Schneeball. Haben wir keinen Ton mehr hier? Ja hier bestimmt nicht. Vielleicht mal den anderen Block. Aber keinen Ton. Im Einzelnen das Verziegel machen können. Gibt es Ton auch im Meer? Bin doch aber der Meinung, wir hatten hier damals mal ne ganze Masse Ton gefunden. Wollten wir auch noch ne Brücke bauen. Was wir alles wollten und nie gemacht haben. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ah gut, wir haben ja hier auch noch so viel Zeit. Wirklich gekocht haben wir ja heute auch nicht. Wirklich. Hm. Gar nicht eigentlich. Hm. Ankündigung kann man sich auch sparen, ey. Wenn man nicht das macht, was man sagt. Ah, ich würde jetzt gerne so nen Kerzenständer bauen. Achso, hier ist Lava drin. Upsi. Da ging es aber. Ach. Und halt, zack, weg ist er. Was ist das denn? Tropenbogen? Grünschiefer? Ahja. Aber kein Toten. Was willst du? Speckstein? Kreide? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.